Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily an diesem Montag, dem 10. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 456 und ja, meine Stimme ist noch nicht ganz da, deshalb schnell durch die Themen. Charts, iOS 11, Shazam und Gruppenanrufe. Ich beginne gleich mit den Charts. Mittlerweile gibt es in iTunes, besser gesagt bei Apple Music, eine Charts-Sektion, die unter anderem bei allen Top 100 anzeigt, sondern auch in 115 Ländern, wie unter anderem auch der Schweiz und Österreich und Deutschland, die lokalen Charts für das jeweilige Land anzeigt. Sprich, was da gerade aktuell am liebsten gehört wird. Und wenn man so in die Top 10 oder was sind das 3, 12, die Top 12 reinschaut, ist bei uns in der Schweiz aktuell ziemlich viel Eminem mit drin. Hat er ein neues Album? Ich muss mir das mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, wer mag, kann sich natürlich die ganzen unterschiedlichen Charts mal ein bisschen anschauen und dementsprechend natürlich auch die Musik anhören. Wer auf so aktuelle Musik steht, für den ist das sicherlich eine praktische Geschichte. 85% aller iPhones und iPads, die aktuell so im App Store rumgurken, ist 11, zwar die aktuellste Version drauf und können somit auf die iOS 12 upgraden. In ja, schon wenigen Tagen. Das mit den Gerüchten lassen wir jetzt mal, wie in den letzten Jahren auch aus. Im Geek Talk machen wir ja nicht so viel aus Gerüchten. Und ja, wir wissen, dass wir das Update bald schon bekommen. Und eben für viele Geräte wird es soweit sein. Vom 5S bis und mit hoch zum iPhone X, logischerweise alle Modelle. Und bei den iPads ist von dem Mini sogar die Mini 2 Version. iPad Air, iPad Air 2 und so weiter. All diejenigen bekommen Updates. Wer also mag? Ganz spannend auch, iPod Touch 60 Generation. Hätte ich das vor zwei Jahren gewusst, hätte ich meiner Tochter nicht ein iPad, sondern ein iPod Touch gekauft. Wäre mobiler gewesen. Aber ja, konnte man damals noch nicht wissen. Im Dezember letzten Jahres hat Apple die Übernahme von Schazam bekannt gegeben. Und die wurde bis und mit Ende letzter Woche aufgehalten. Und nämlich das von der EU. Denn da gab es Bedenken, dass das Ganze im Wettbewerbsrecht verstoßt. Sprich, andere Streaming-Dienste dann in Nachteil ziehen könnte. Der Ausschuss, der im Frühling dann gestartet ist und das Ganze getestet oder angeschaut hat, besser gesagt, der ist zum Schluss gekommen, dass es nicht so ist. Und somit kann das Ganze jetzt dann über die Bühne gehen. Ich denke, da werden wir vielleicht am Dienstag, Mittwoch, wann ist es? Am 12. auch ein bisschen was dazu hören. Apple Park in 20... Genau, jetzt beginne ich nochmal. Apple Park, 20 Monate in 18 Sekunden. Ein schönes Video, das auf einer Timeline anzeigt, wie sich der Apple Park so in den letzten eben 20 Monaten entwickelt hat. Was schade ist, ist, dass das Ganze nur bis zum Mai 2017 geht und somit dann die Grünfläche und das weitere drumherum nicht mehr mit drauf ist. Das könnte aber mit dem Verbot von Drohnen etc. zusammenhängen. Ich hoffe, da gibt es mal noch das eine oder andere Sheet, was dazu gehängt wird, sodass es dann eben schlussendlich vollständig wäre. Wäre sicherlich nicht schlecht. Microsoft Deutschland hat einen eigenen Podcast gestartet. Zwischen 0 und 1 heißt der Ganze. Und da möchte ich eine kleine Podcast-Empfehlung abgeben. Auch wenn da erst eine Folge draußen ist, auf Soundcloud und iTunes ganz einfach zu finden. Und natürlich auch auf den ganzen anderen Podcatcher eurer Wahl. ist das ein Podcast, bei dem es um die Technik geht und um das, was so kommt zukünftig. Und da werden Microsoft-Mitarbeiter in abwechselnden Reihenfolge über Dinge erzählen wie Hardware, Themen beim Arbeitsalbtag, Mixed Reality, Künstliche Intelligenz etc. Beim ersten, bei der ersten Folge geht es darum, ist Menschsein allein nicht genug? Eine spannende Diskussion oder ein spannendes Thema oder ein spannendes Gespräch, so rum wollte ich sagen. Und ja, anhören, Podcast-Empfehlung von meiner Seite. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Für alle WhatsApp-Nutzer unter Windows Phone. Ja, ich weiss, es gibt nicht mehr ganz so viele, aber dennoch, es gibt sie. Auch unter unseren Hörern gibt es noch den einen oder anderen treuen Windows Phone-Anhänger und Nutzer. Und deshalb, ja, für all diejenigen, die das nutzen, die Beta wurde verlassen. Heisst ab sofort sind Gruppenanrufe auch über WhatsApp machbar unter Windows Phone. Somit, jubi, 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 wenn ihr dazu gehört. Ansonsten, ja, das waren es die Themen, die ich heute für den Montag, den Wochenstart für euch habe zusammenkrallen können. Und ja, morgen geht's weiter. Ich wünsche euch derweilen einen guten und vor allem einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Freue mich von euch zu lesen, auf eure Rückmeldungen etc. Und ja, bis dann. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.